ihren Serbien und ihr macht mit. Und dann sind sie immer mitgegangen. Das ist dieses mitgegangen, mitgehangen Problem, das Deutschland hat. Und jetzt haben ja die Deutschen herausgefunden, dass diese Nord Stream Pipelines in die Luft gesprengt wurden. Die wurden im September 2022 in die Luft gesprengt, also jetzt vor wenigen Monaten. Und diese Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2, das sind vier Röhren insgesamt, die liegen in der Ostsee und die bringen Erdgas von Russland nach Deutschland. Das ist die einzige direkte Leitung. Es gibt schon Pipelines durch die Ukraine oder durch Polen, aber das sind natürlich sozusagen Transitländer, wo das Gas durch muss. Und diese direkte Verbindung Russland-Deutschland, die wurde in die Luft gesprengt. Und das ist ein Terroranschlag auf die deutsche Energieversorgung. Und dann wirst du sehen, die deutsche Regierung hat einfach überhaupt nicht öffentlich aufgeklärt, wer diesen Terroranschlag gemacht hat. Und jetzt gibt es den amerikanischen Journalisten Seymour Hersh. Und der hat jetzt im Februar 2023 eigentlich publik gemacht, dass die Amerikaner diese Pipelines in die Luft gesprengt haben. Und zwar haben die während einem Manöver, einem NATO-Manöver, das ist Baltop 22, im Juni 2022, haben sie diese Verwirrung in der Ostsee genutzt. Da waren sehr viele Schiffe, sehr viele Soldaten und haben dann amerikanische Tanktaucher von einem norwegischen Schiff abgesetzt. Und die sind runtergetaucht und haben die Sprengladung gesetzt. Und dann war das Manöver wieder vorbei. Es war ja Juni und alle gingen nach Hause. Und dann hat Joe Biden im September, am 26. September, hat er von einem norwegischen Flugzeug eine Boje abwerfen lassen. Das ist ein schwingendes kleines Teil. Und dann ist das norwegische Flugzeug wieder weg. Und dann hat man über einen Fernzünder von der Boje heraus diese C4-Sprengstoffpackungen aktiviert. Und dann ist am 26. September 2022 diese Energieinfrastruktur in die Luft geflogen. Und jetzt würdest du erwarten, normalerweise von einem Land, dass Olaf Scholz dann sagt zu Joe Biden, das geht so nicht. Weil das ist ein Kriegsakt. Also die USA haben eigentlich auch gegenüber...